Okay, Band läuft, erzähl mal was. Ja, hallo, wir grüßen euch aus Weingarten. Nach dreieinhalb Stunden etwa haben wir jetzt aufgenommen. Ja, genau, das Recording Session. Können wir ja jetzt mal reinhören, was wir da so angestellt haben. Wir lassen es mal laufen. Wir lassen es mal laufen. Es ist nämlich voll cool geworden. Niemals aufgeben. Nathalia singt, ich mache Background. Halte durch. Halte durch. Wenn das Leben dir stinkt, halte durch. Halte durch. Wenn die Liegen nicht sind, halte durch. Wenn du am Boden liegst und langsam keine Luft mehr kriegst. Du musst das optimistisch sehen. Es wird schon wieder besser gehen. Da ist das Leben doch zu schön. Stoppen wir mal wieder. Ach genau, Querflöte ist auch drauf. Genau. Moment, wo habe ich es dann? Oh, sieh, die Querflöte. Die Querflöte ist verschwunden. Ich habe sie wieder gefunden. Wir haben nämlich heute viel gemacht. Wir haben Querflöte aufgenommen. Wir haben gesungen. Wunderbar. Stoppen wir mal wieder. Okay. Und wir hoffen, ihr kommt dann am 19.12. vorbei. Nach Leutkirch in den Boxsaal. Ganze Familie und Freunde mitbringen. Genau. Und dann gibt es uns live zu hören. Jede Menge Spaß. Bis dann. Tschüss. Nimm es live. Nimm es live.